Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoush Kalafs Egypt. Heute fliegt Luca nach Ägypten. Gestern haben wir hier gegrillt. Ich bin ja krank und gehe deswegen nicht mit. Ich habe ja Zyklothie und ich habe auch noch eine Glasentzündung bekommen. Da war ich am Freitag noch beim Arzt, damit ich da noch Antibiotika bekomme. Das Gras ist noch nass. Da ist gerade das Kaninchen gekommen. Fritzle habe ich ihn genannt. Luca fliegt heute nach Ägypten. Wie geht es dir Luca? Ist dein Magen gut? Ich denke. Luca hat sich zweimal übergeben. Luca hat sich zweimal übergeben vorher. Ich hoffe, dass es dir heute nicht noch mal schlecht wird. Ich hoffe, dass es dir nicht noch mal schlecht wird. Nein, dass es dir nicht noch mal schlecht wird. Ah, es tut auch gut. Die Menschen haben immer Stress, Stress und machen sie kaputt. Ja. Jetzt sind wir schon am Flughafen in Stuttgart. Luca hat sich schon am Check-In angestellt. Die Schlange ist echt richtig lang. Er fliegt mit einem Freund zusammen. Und ich gehe ein bisschen spazieren. Ich würde mal gucken, ob die Besucherterrasse auch offen ist. Und da nehme ich euch dann natürlich auch mit. Die Besucherterrasse ist offen. Das Wetter ist auch top. Mal gucken, ob ich ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Auch cool, dass man hier so Oldtimer-Flugzeuge anschauen kann. Wer mag und die Schilder lesen möchte, der kann ja kurz das Video anhalten und das dann lesen. Leider haben wir die Info bekommen, dass der Flug ungefähr drei Stunden verspätet ist. Aber zur Entschädigung hat man 10 Euro Gutschein bekommen, wo man sich dann Kaffee oder irgendwas zum Essen kaufen kann. Echt cool. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich mach mir. Das war's. Ich mach sich más. Bis zum ersten Mal. Ich fugal. Musik 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 Luka ist gut in Ägypten angekommen, allerdings auch sehr erschöpft. Der Flug hatte ja Verspätung, normalerweise wäre er in Kairo um 2.50 Uhr angekommen, aber daraus wurde dann 7.30 Uhr und anschließend ist er nach Ismaila gefahren, zur Familie, da konnte er sich dann endlich ausruhen. Und am Abend sind sie in einen Café gegangen und da hat Luka für mich ein paar Katzen gefilmt, weil ich die immer so süß finde. Das Video hat er mir geschickt und das hänge ich euch hinten dran. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr mehr sehen wollt, dann gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Salaam! Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020